Ja, hi zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Sonic-Modell hat gestern endlich die Katze aus dem Sack gelassen und den neuen AR-Wing Pro vorgestellt. Und nachdem das Ganze nun öffentlich ist, darf ich auch endlich was dazu sagen. Darauf habe ich schon eine ganze Weile gewartet. Wir schauen uns gleich mal ein paar Bilder an, die Sonic-Modell veröffentlicht hat. Ich kann euch den Flieger leider noch nicht live zeigen, da das Review-Modell noch unterwegs ist. Und da warte ich noch drauf. Sobald es aber da ist, wird es auf jeden Fall einige Videos geben dazu. Und bis dahin schauen wir uns erstmal kurz die Bilder an. Und ich möchte mal kurz nur vom äußeren Eindruck ein paar Gedanken dazu loswerden. Bevor wir zu den Bildern selbst kommen, noch kurz der Hinweis. Ich bin seit kurzem auch auf Instagram und Facebook als Facebook-Seite vertreten. Die Links dazu blende ich euch mal hier ins Video ein. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort auch abonniert oder subscribt, damit ihr auch weitere Updates kriegt. Und dort gibt es auch noch ein paar Hintergrundinfos dann immer für meine neuen Projekte, woran ich gerade arbeite oder einfach nur Bildposts. Soviel dazu erstmal und dann lasst uns mal direkt anfangen und dann schauen wir uns mal die Bilder an. Zuerst mal schauen wir uns diesen Slide hier an. In dem wird kurz erklärt, wie erfolgreich der erste AR-Ring war mit über 35.000 verkauften Einheiten. Das ist schon mal ganz beachtlich in dem Hobby. Und hier wird auch ganz klar festgelegt, dass der AR-Ring Pro nur eine geupdatete Version ist, die aber neben dem klassischen AR-Ring weiter bestehen wird. Das heißt, ihr werdet auch weiterhin in der Lage sein, den alten natürlich zu kaufen. Und warum das so ist, das macht Sonic Modell hier in dem Slide auch ganz klar. In Punkt 2 steht ganz deutlich, dass der AR-Ring Pro nur von erfahreneren Piloten geflogen werden sollte. Oder wenn man ein Anfänger ist, man sich hier auf jeden Fall Hilfe von einem erfahrenen Piloten nehmen sollte. Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass die Aerodynamik sehr optimiert wurde, auf vor allem eine hohe Effizienz und eine Stromlinienform, die Steuerung eventuell ein bisschen schwerer ausfällt. Während der alte AR-Ring extrem freundlich war und sich auch aus schwierigen Situationen sehr, sehr leicht wieder rausziehen ließ. Zu den Spezifikationen. Die Basic-Combo wird mit einem 22-16.400 kV Sunny Sky Motor kommen. Der ESC ist ein 40 Ampere, das ist grundlegend das gleiche Setup, wie zum Beispiel ZOHD in seinen größeren Long-Range-Fliegern einsetzt. Die Servos sind 9 Gramm Metal Gear Servos. Der Propeller ist ein 2-Blatt 8x5. Und die Batteriegröße, die empfohlen wird, ist 3200 bis 3500 mAh Lipo. Oder eben den großen 7000 mAh ZOHD Lithium-Ionen-Akku. Ob nachher dann auch der 21700er 4S2P reinpasst, weiß ich nicht, aber das werde ich auf jeden Fall dann auch mal anschauen. Was ich noch ziemlich cool finde, dass das Sonic-Modell sich hier die Mühe gemacht hat und auch die Performance-Limits ermittelt hat. Wie, weiß ich nicht. Ich denke mal, da wird sicherlich der ein oder andere AR-Ring Pro auch sein Leben gelassen haben. Außerdem sollte man noch dazu erwähnen, dass in Zukunft, ich weiß noch nicht wann, ein Release-Datum wurde noch nicht genannt, noch eine weitere Power-Kombo veröffentlicht werden wird mit einem stärkeren Motor. Soweit ich das mitbekommen habe, wird da ein T-Motor eingesetzt. Und mit dem können dann auch die Performance-Werte erreicht werden, die jetzt hier angegeben sind. Das wäre dann also der Maximal-Speed von 130 kmh im Level-Flug. Cruise-Speed ungefähr bei 75 bis 80 kmh bei gerade mal 5,5 Ampere. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und die Maximalgeschwindigkeit, die der Airframe an sich, so wie er aus der Box kommt, aushalten kann, ist immerhin 220 kmh, ohne dass irgendwelche Schäden oder irgendwelche Verbiegungen an den Kontrollflächen oder den Flügeln stattfinden. Und das maximale Take-Off-Rate, also das maximale Gewicht, mit dem man starten sollte, wäre 1425 g. Das gilt aber auch mit der Power-Kombo, so wie ich das hier verstehe. Und wie das Ganze nachher mit der Basic-Kombo aussieht, müssen wir natürlich ausprobieren. Auf dem Bild hier sieht man dann auch ganz klar, dass es zwar immer noch Ähnlichkeiten zum alten Airframe gibt, die grundlegende Form ist relativ gleich geblieben, aber das Sonic-Modell hat hier sämtliche geradlinigen Oberflächen entfernt. Die Nase läuft jetzt viel spitzer zu, ist deutlich aerodynamischer. Auch diese querlaufenden Stützstrukturen, die vorne rechts und links neben der Nase waren, sind verschwunden. Und hier hat man jetzt einen kompletten, smoothen Übergang zu den Flügeln. Und auch am Motormount hinten kann man ganz deutlich sehen, dass dieser nach hinten rausgezogen wurde und mit einer weichen Rundung versehen wurde, um Luftturbulenzen zum Propeller zu vermeiden, was natürlich vor allem der Effizienz und der Geräuschentwicklung zugute kommt. Wie sich das Ganze nachher im echten Flug auswirkt, bleibt natürlich dann abzuwarten. Hier sieht man dann auch deutlich, dass viel Wert auf die Kompatibilität mit dem DJI HD FPV-System gelegt wurde. Es gibt bei dem AR-Wing Pro nachher zwei verschiedene Hedges. Das eine ist mit diesem Compartment, wo man zum Beispiel die DJI Air Unit montieren kann oder auch eine Runcam 2 Style Kamera. Und die entsprechende Nase für die DJI HD FPV-Kamera ist dann auch mit dabei. Der Nasenadapter ist dabei wechselbar. Man hat entweder die Nase mit dem Mount für die DJI Kamera oder auch eine komplett ohne Kamera, die einfach nur spitz zuläuft. Das kann man zum Beispiel benutzen, wenn man keine HD-Aufnahmen nehmen will oder machen will oder zum Beispiel eine Split-HD-Kamera hat, die man hier rechts in das Kamerakompartment für die FPV-Kamera verbaut. Damit kommen wir auch schon zu dem Teil, der mir persönlich überhaupt nicht so richtig gefällt. Und das ist die Option, wenn man nachher eine GoPro montieren will. Wie man jetzt hier sieht, hier ist jetzt eine Hero 3 genutzt worden. Gibt es dabei aber das Problem, dass die Kamera komplett ungeschützt vorne in der Nase drin ist. Bei dem alten AR-Wing war sie halt noch hinter der dicken Schaumstoffnase. Das heißt, wenn man doch mal einen direkten Nose-Dive hinlegt oder irgendeinen Crash gegen was Härteres, dann war die GoPro zumindest teilweise geschützt und man hat höchstens die Linse geopfert. In dem Fall hier jetzt ist leider dann die Kamera nur durch den Velcro-Strap festgehalten und völlig ungeschützt und könnte natürlich ein leichter Schäden nehmen. Da bin ich jetzt noch kein richtiger Fan davon. Da bleibt nachher auf jeden Fall abzuwarten, ob man da mit entsprechenden 3D gedruckten Gehäusen rundherum eine bessere Lösung findet, die zu montieren. Ähnliches gilt dann hier auch für die Option, eine Runcam 2 Kamera zum Beispiel zu verbauen. Auch diese ist ungeschützt oben auf dem Flieger und ich bezweifle ganz stark, dass man es hier schafft, nicht den Rumpf im Bild zu haben. Und da ich primär vor allem mit einer Runcam 2 oder in Zukunft dann mit einer Runcam 2 4K auf meinen Rings filmen möchte, fände ich es natürlich besser, hier ein wirklich ungestörtes Bild zu haben und freie Sicht in alle Richtungen. Das gefällt mir noch nicht so richtig und mal schauen, ob wir da nachher eine bessere Lösung vielleicht finden. Was ich allerdings richtig cool finde, ist, dass man endlich weg ist von diesen wabbeligen Plastik-Servo-Links und diesmal ordentliche Ball-Joints, also kugelgelagerte Servo-Links verwendet, wo man nachher auch wirklich kein Spiel drin hat, einfach damit man smootheres Fliegen hat und eine direktere Kontrolle zwischen Servos und den Kontrollflächen. Das dürfte auf jeden Fall bei der Stabilität und für einen weichen Flug sorgen und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, dass sie das jetzt ab Werk schon verbauen. Bisher gab es das nur bei den ZOHD-Fliegern und das freut mich auf jeden Fall, dass Sonic-Modell das inzwischen auch einsetzt. Trotz des ganzen DJI-Hypes bin ich trotzdem sehr, sehr froh, dass man hier auch noch an die Analog-Flieger wie mich gedacht hat. In den Side-Compartments hier im Rumpf kann man natürlich immer noch einen VTX verbauen. Da ist auch für ordentliche Kühlung gesorgt. Wie man sieht, man hat hier an der Vorderseite sehr große Lufteinlässe, auf der Hinterseite wiederum große Luftauslässe, sodass der Luftstrom, der über den Flieger geht und das mit einer relativ hohen Geschwindigkeit auch mit durch das VTX-Compartment durchgeht. Und entsprechend den VTX runterkühlen kann. Cool fände ich es noch, wenn dort irgendwo ein Antennen-Mount verbaut worden wäre. Das habe ich zumindest jetzt auf den Bildern nicht gesehen. Da bleibt es auf jeden Fall nicht aus, dass man noch ein kleines bisschen am Schaum schneidet, um einen vernünftigen Platz für die Antenne zu finden. Das Einzige, was mir hieran nicht so ganz gefällt, sind die Klappen selbst, die diese Compartments abdecken, weil ich habe hier auf den Bildern zumindest nirgendwo eine Haltemechanik oder sowas gefunden. Das sieht ein bisschen so aus, als ob das Ganze wirklich nur durch Pressfit zusammengehalten wird. Und wenn das dann im Flug aufgeht, könnte das ordentlich die Aerodynamik stören. Das heißt, hier müsste man das Ganze schon irgendwie sichern. Ich muss nachher sehen, wie das Ganze live aussieht, wenn ich es in der Hand habe. Aber eventuell würde ich sagen, sollte man hier dann irgendwie eine mechanische Halterung oder sowas integrieren. Das fände ich cool, wenn das ab Werk schon gekommen wäre. Vielleicht auch mit einem kleinen Magneten in der Lasche oder so. Das wäre noch ganz cool gewesen. Aber da will ich mich noch nicht festlegen. Das sehe ich dann, wenn ich es in der Hand habe. Noch eine ziemlich coole Neuerung, die ich sehr begrüße, ist, dass auch bei Sonic Modell jetzt in den Fliegern Ring-Konnektoren integriert werden, sodass man die Rings einfach abnehmen kann, ohne irgendwelche Kabel durchfädeln zu müssen. Das macht natürlich den Transport sehr viel einfacher. Leider ist man hier auch wieder auf die 6-Bin-Konnektoren gegangen, die auch schon in der Talon GT oder im Dart XL verbaut waren. Das könnte eventuell ein bisschen knapp werden. Für den Servo im Flügel ist es super, da sind drei Pins in Verwendung. Allerdings kann es halt gerade bei Crossfire-Usern ein bisschen schwierig werden, dann den Receiver oder sogar den VTX mit Smart Audio in die Flügel zu verbauen, da dann in der Regel ein Signalkabel fehlt. Hier müsste man dann ein bisschen improvisieren und sich das Ground mit dem Servo zusammen teilen, sodass man die drei übrigen Pins komplett zur Verfügung hat, für die Spannungsversorgung und für das Signal in beide Richtungen. Grundsätzlich ist es aber auf jeden Fall eine gute Idee, dass sie das so gelöst haben. Ich fände es halt cooler, wenn da ein 8-Pin-Connector verbaut wäre, denn das würde nämlich die Nutzung von den Ring-Compartments deutlich vereinfachen. Und zu guter Letzt noch einen Blick in die Compartments von dem AR-Ring Pro. Und das finde ich richtig cool, der alte AR-Ring hatte schon eine Menge Platz, allerdings natürlich keine Zusatz-Compartments, sodass man die gesamte Elektronik, VTX, Receiver, Flag-Controller, ESC, alles dort mit drin hatte. Außer man hat natürlich ein bisschen DIY gemacht und entsprechende Compartments in die Flügel geschnitten. Aber selbst der große Platz im alten AR-Ring konnte da relativ schnell knapp werden. In dem Fall jetzt haben wir allerdings ein noch größeres Compartment vorn, ein zweites Compartment weiter hinten, wo der ESC drin sitzt, und noch zusätzlich die Seiten-Compartments. Da sollte auf jeden Fall in Zukunft kein Platzmangel mehr herrschen und das sollte auf jeden Fall sehr, sehr cleane Builds ermöglichen. Und zudem hat man dadurch riesengroßen Platz für Akkus. Und ich bin nicht ganz sicher, was diese schwarze Fläche unter dem Akku-Strap ist. Das könnte eventuell wirklich ein Anti-Rutsch-Pad sein. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Bei dem alten AR-Ring, die Holzplatte war halt wirklich sehr, sehr rutschig. Da musste man immer irgendwie was reinmachen oder mit Kleber bestreichen, damit der Akku nicht verrutschen konnte. Und außerdem ist die Platte bei einem leichteren Crash auch ganz gern mal gebrochen. Das hoffe ich, wird hier nicht passieren. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie das genau gelöst haben. Soviel erstmal zu meinen Gedanken dazu, nur anhand der Bilder, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich will da auf jeden Fall noch kein abschließendes Urteil machen, bevor ich ihn nicht selbst in der Hand hatte. Ich hoffe mal, dass der Review-AR-Ring Pro bald bei mir ankommen wird. Dann werde ich euch auf jeden Fall ein paar detaillierte Sachen zeigen. Und ich bin auch am überlegen, ob ich das Ganze auch in einem Livestream zeige, wo ihr natürlich auch direkt Fragen stellen könnt, solange ich ihn halt in der Hand habe. Falls ihr jetzt schon schauen wollt auf Banggood, wo ihr ihn kaufen könnt und was er kostet. Wir sind aktuell in der Vorbestellerphase. Da gibt es aktuell auch Rabatte. Im Moment kriegt ihr das Kit für 68 Euro und die Plug-and-Play-Version mit dem Motor-Setup für ungefähr 102 Euro. Und der Endpreis nachher, wenn die Vorbestellerphase vorbei ist, wird sich auf 77 Euro für die Kit-Variante und auf 111 Euro für die Plug-and-Play-Variante betragen. Für den Fall, dass ihr den AR-Ring bestellen wollt, könnt ihr auch gerne den Link bei mir in der Videobeschreibung nutzen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, weil ihr mich natürlich damit auch unterstützt. Und falls euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch nicht subscribed habt, dann würde ich mich da auf jeden Fall auch drüber freuen. Damit helft ihr nicht nur mir, sondern bringt das Video natürlich auch entsprechend zu anderen Usern, die Interesse haben könnten. Und denkt dran, meine neuen Social-Media-Accounts, dass ihr dort auch folgt, um auf dem Laufenden gehalten zu werden, was es so in Zukunft Neues gibt. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.